Das ist es also. Das Meer der schwarzen Tränen. Es ist wohl eher ein See der schwarzen Tränen, oder? Wenn es wahr ist, dass Rignarok mit dem Imperator in die Zukunft gereist ist. Was dann? Das gehört offenbar zum Plan meines alten Herrn. In der Zukunft gibt es nicht allzu viele herrschsüchtige Dämonen-Imperatoren. Außer in Plattenfirmen. Ich halte es nicht mehr für eine gute Idee, dass du gegen Ophelia kämpfst. Bist du sicher, dass du das machen willst? Absolut. Hey, bereiten wir uns auf die letzte Show vor. Ja, eine letzte Show. Wenn Lars uns jetzt sehen könnte, war es, Eddie? Er wäre nicht überrascht, er sagte immer, du führst uns in ein besseres Leben. Du hast so viel für uns getan. Und niemals Anerkennung. Oder Ruhe bekommen. Und wir hatten auch nie wirklich Zeit, uns besser kennenzulernen. Eddie, hast du dich je... gefragt? Träum, süß. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Eddie, wir kommen nicht zu Ophelias Basis. Wir schlafen Tränen, überspülen die Brücke und reißen jeden mit. Scheint, als wäre es Zeit für schweres Gerät. Okay, willkommen zurück zu der großen Schlacht gegen Ophelia und wir schauen gleich mal, was wir Neues bekommen haben. Und zwar einmal hier drüben den Felsbrecher. Dazu müssen wir aber erstmal die Bühne upgraden. Ich würde sagen, wir machen hier das Standardprogramm und zwar einmal so die Runde. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Ladies mit. Und wenn wir schon dabei sind, Headbanger. Alles klar, schauen wir uns mal den Laden hier an. Einer hier drüben, einer hier, einer hier, einer hier. Ein Geysir hätten wir. Dann würde ich sagen, übernehmen wir die Dinger hier. Na, was kommt denn hier? Eine kleine Welle. Totengräber. Na, kein Problem. Erstmal hier sammeln und dann übernehmen wir den hier. Wer fehlt noch? Meine Ladies. Und die gehen hier drüben hin. Na gut, lassen wir die mal hier drüben machen. Sollen sie für uns die Drecksarbeit machen, Ladies. Einmal bitte hier hin. Und wie viel Energie? Was brauchen wir hier? 350. Ich könnte hier ein Solo machen und alle wegholen. Wenn die hier so schön rumstehen. Na, die kommen ran. Das war mir klar. Oh, jetzt kommen sie. Und wir machen hier das Solo. Genau hier. Oh. Mann, Mann, Mann. Das hat reingehauen. Fast alles weggeholt. Ich weiß. Kommt ja auch von mir. Wo sind die anderen Toten da? Wie sieht die Lage aus? Sehr gut. Übernehmen wir gleich mal hier den Geysir. Also, einmal hier ein Solo. So. Den hätten wir. Und gleich mal hier drüben den nächsten. Damit hätten wir beide. So schnell kann's gehen. Bingo. Und nur noch ein wenig Energie. Dann könnten wir hier das erste Upgrade holen. Einheiten hätten wir genug. Hier drüben sind noch ein paar Headbanger. Die nehmen wir mit. Und dann alle mal hier hin. Und ich würde sagen, wir übernehmen als nächstes den hier. So. Einmal hier das Upgrade. Dann hätten wir hier noch ein. Hm. Wenig Gegner. Hier ist wenig los. Ophelia sieht man auch nirgends wo. Normalerweise kommen die ja immer und übernehmen hier die Geysire. Aber hier ist gerade niemand. Merkwürdig. Egal. Mehr für uns. Alles klar. Wie sieht die Lage aus? Okay. Sparen wir. Und übernehmen den hier. Oh. Eine neue Welle. Wo wollen die hin? Wollen die zu uns? Jepp. Die wollen hier drüben hin. Nein. 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 Hier muss jeder hin. Jeder muss hier hin. Und wir machen das Solo. Mist. Die greifen hier an. Müssen sie abziehen. Wow. Die machen ganz schön Damage. Solo. Ich würde sagen, ja. Wir brauchen hier einen Solo. Aber erstmal will ich die hier wegziehen. Ich habe keinen Bock hier den Geysire zu verlieren. No, 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 no. Nicht mein Killmaster. Man darf keine Sunnies angreifen. Erste Regel im Krieg. Okay, den haben wir durchgebracht. Jetzt erstmal hier Stufe 2. Und mein Team geht hier hin. Was haben wir hier noch? Ein paar Headbanger. Oder Ladies. Ladies. Das Licht leuchtet. Sucht es. Okay, wir machen uns hier noch ein Killmaster. Zwei sind besser. Gut. Was machen wir nun? Bühne Nummer 3. Yo. Hauen wir rein. Und übernehmen gleich mal den hier. Moment. So rum. Alles klar. Damit hätten wir alle. Komm schon. Wir brauchen hier die Bühne. Was können wir noch machen? Wir könnten noch ein paar von denen hier machen. Und die sollte man auch immer machen. Die sind richtig gut. Oh. Oh. Hier kommt die nächste Welle. Wo ist mein Killmaster? Ist er schon da vorne? Einer, zwei. Yep. Ist hier vorne. Dann gehen wir mal hier hin. Mach keine Gefangenen. Ich sehe sie. Ich glaube meine Fußtruppe ist auch gelassen. Vielleicht haben wir hier ein Upgrade geholt. Typisch. No, 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 no. Die hier. Unbedingt die hier angreifen. Die sind schlimm. Mann, die zerlegen meine Jungs. Können wir hier ein Solo machen? Ah, das war ja ungünstig. Aber egal. Wir sind viele. Die Ladies holen die weg. Wir haben so viele Ladies. Die machen richtig der Match. Wir bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Wir holen neue Truppen. Können wir uns hier so einen Panzer holen? Yep, können wir. Bleibt bei mir, wenn ihr leben wollt. Macht keine Gefangenen. Zerstörung. Hier hin. Okay, die kommen. Alles klar. Wir müssen in den Felsbrecher rein, um da hinten die Türme zu zerstören. Was steht denn hier noch rum? Hier stehen noch einige. Man sieht's ja. Hier hat man so ein Gewitter. Könnte aber auch der Ballon sein. Wie gesagt, hier alle schön sammeln. Zerstört alles. Was könnten wir noch holen? Okay. Wow. Was für eine riesige Maschine. Da bin ich ja mal gespannt. Den holen wir mal an die Front. Und stopp. Moment, wir brauchen den hier noch. Und den nächsten, der hier kommt. An die Arbeit. Ihr seid meine persönliche Ehrengarde, klar? Was nun? Was können wir noch machen? Die brauchen vier, zwei, zwei, ne, drei sogar. Drei brauchen die. Das auch. Ich glaub, meine Fußtruppen brauchen einen kleinen Schub. Und die hier, was brauchen die? Zwei. Ne, vier. Wow. Brauchen vier. Ja. Nehmen wir noch so ein. Hier vorne geht es wieder los. Nein, da war ein Felsbrecher. Er ist recht. Und hier gleich mal den Reiter weggeholt. Jemanden verloren. Jep, irgendjemand haben wir verloren. Zwei Killmaster hätten wir hier noch. Na gut, dann holen wir uns nochmal hier die Roadies. Mein Freund, einmal bitte auch hier hin. Und wir gehen mal nach vorne. Jetzt schauen wir mal. Mal sehen, was der so kann. Aber ich denke, der ist ganz gut. Noch ein kleines Stück, noch ein kleines Stück. Und, Moment, Moment, Moment. Okay, jetzt kommen sie. Wow. Meine Güte. Boah. Was für ein Angriff. Gleich mal noch einen. Einer hat Cooldown. Naja, war ja klar, bei so einem Angriff. Damit können wir ja alles wegholen. Na, kriegen wir den noch? Okay, da hinten leben noch ein paar. Irgendwie werden wir blockiert. Wir können nicht zurück. Oh ne, oh ne. Das wird übel. Wir können nur nach vorne gehen. Und dann wieder zurück. Mann, das Ding ist so verdammt langsam. Wow, 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 wow. Der Plan ging nach hinten los. Die Reiter hier, die zerlegen mich. Naja, okay, wir haben genügend Seelen. Vielleicht mal wieder einen neuen machen. Und wenn wir schon mal hier sind. Was haben wir denn schon wieder verloren? Immer noch so ein Ding. Oh, da vorne geht irgendwo die Party ab. Was ist hier los? Einmal hier sammelt. Bleibt erstmal hier. Ich bin die Sardine, ihr die Dose. Also macht euch nicht in die Hose. Und die hier kommen mit. Na komm, na komm, na komm, meine Roadies. Was lebt denn da hinten noch? Drei Reiter und der Ballon. Hm. Aber wir können da nicht hin wegen den Türmen. Zerlegen meine ganzen Einheiten. Wäre halt so ein großes Risiko. Bleibt bei mir, wenn ihr leben wollt. Hey, will noch jemand die ganze Welt erobern? Okay, die kommen. Den lassen wir mal hier. Und wir gehen hier wieder rein. Aus dem Weg. Okay, Panzer Nummer 2. Jetzt hauen wir sie weg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, da kommen sie. Nein, 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 nein. Komm schon. Okay, ein paar sind noch am Leben. Nee, alles weggeholt. Nur noch einer da hinten. Aber den kriegen wir so. Den rollen wir einfach weg. Okay, Problem gelöst. Na, noch ein kleines Stück. Und... Perfekt. Einer steht noch. Alles klar, den hätten wir. Und jetzt die Türme. Mal sehen, ob wir rankommen. Ich hab ein bisschen Panik vor den Dingern. Na, sollte gehen. Oder? Ein bisschen näher ran. Ein kleines bisschen näher ran. Stopp. Moment. Genau hier. Und dann mal gucken. Noch ein bisschen Cooldown. Aber sonst sollte es gehen. Ah, immer noch ein Stückchen näher ran. Wir hauen immer noch so ein bisschen daneben. Oh, nee. Wir treffen sogar. Wahnsinn. Oh, nee, 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 nee. Da kommt eine Welle, da kommt eine Welle, da kommt eine Welle. Zerlegen meinen Panzer. Egal, der Weg ist frei. Wir rollen zurück und dann holen wir die anderen. Verdammt, der Panzer ist doch teuer. Boah, ich hab nur eine Wahl. Ich muss hier ein Solo raushauen. Vielleicht krieg ich sie weg. Mit etwas Glück. Boah, was war da los? Verdammt, mein Sohn hat sich gegriffen. Der Panzer brennt. Das sieht gar nicht gut aus. Jo, mein Panzer ist weg. Wir ziehen uns zurück, holen hier die Truppen und dann gehen wir los. Wo sind meine Killmaster? Da hinten. Okay, Leute. Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Wir holen uns nochmal so ein. Viel besser. Mach keine Gefangenen. Mann, wir haben eine Armee. Also da ist einiges dabei. Oh, da hinten kommt aber auch einiges. Ich hab eine Idee und zwar, wir haben noch so ein neues Solo. Und zwar das hier. Eddie, der Baum da gefällt mir gar nicht. Erstens bewegt er sich. Und zweitens sind da Krähen drin. Eine ganze Herde. Wow. What the? Erstmal hier den Reiter wegholen. Oh mein Gott, meine Armee. Die wird gerade zerlegt. Solo. Wir brauchen einen Solo. Meine Güte. Der haut mir hier gerade die Armee weg. Ist der Baum noch am Leben? Oh, der Killerbaum. Was macht denn hier so Damage? Ich hab ihn gefällt. Wow. Damit hab ich nicht gerechnet. Damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oi, oi, oi. Das war eine Niederlage. Oh mein Gott. Jetzt kommt er hier. Das war ein bisschen viel. Muss man ganz klar sagen. Die da hinten machen ziemlich viel Damage. Egal, egal, egal. Keine Sorge. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Das fing da hin. Wir haben immer noch den Panzer. Und die Geysire brauchen wir nicht unbedingt. Denn wir machen mehr als genug Energie. Okay, die nächste Welle. Ich geh ran. Ich geh ran. Der hier muss ja wirklich so gut wie tot sein. Na also. Der Reiter, der kann auch nicht mehr so viel haben. Na, die Schlacht hier ist gar nicht mal so easy. Kann ich mir noch einen leisten? Jo, geht's. Das Ding hier. Das macht richtig Damage. Na also. Na also. Endlich. Ich hab keine Ahnung, mein Freund. Ich kann es einfach. Komm schon. Was für eine Armee. Was für eine Armee. Sammeln. Warten. Was auch immer du bist. Wir töten dich. Ach, wieder so ein Kinderwagen. So ein kleiner Gremlin. Der nagt an mir rum. Ja. So. Also den holen wir uns wieder. Puh. Ich hab kurz gedacht, ich wär am Arsch. Macht Bewegung. Genauso wie den hier. Alles klar. Haben wir so einen? Ich glaub ja. Nee. Wir haben keinen mehr. Ich dachte, wir hätten noch so einen. Dann her damit. Den übernehmen wir gleich mal. Wir brauchen die Energie. So. Wir haben noch ein bisschen Kohle über. Alle hier hin. Und wir gehen mal hier hin. Hey, die Bühne ist frei. Im Grunde können wir durch. Im Grunde können wir durch. Was haben wir hier für ein merkwürdiges Symbol? Wären wir angegriffen irgendwo? Was ist hier los? Der steht ja immer noch. Was haben wir hier oben für ein merkwürdiges Symbol? Mal. Alle hier mal zu mir. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Wo sind die anderen? Okay. Ich sag bloß, wir haben irgendwie so eine gewisse Zeit gehabt. Nee, wir hatten so einen negativen Effekt. So ein Symbol habe ich noch nie gesehen. Aber hier werden neue Einheiten produziert. Erstmal hier schön sammeln. Erstmal hier schön sammeln. Den Geysir, den lassen wir mal. Wir könnten hier auch so einen Sammelsolo machen. Egal, gehen durch. Okay, hier kommt noch eine Welle. Alles klar. Wir gehen hier rein. Was zur Hölle? Wieso werden wir denn schon wieder angegriffen? Da hinten wird irgendwas schon wieder angegriffen. Okay, wir holen hier gleich mal die erste Welle weg. Schön reingelaufen. Schwert runter und... Alle hier drauf. Alle hier drauf. Jetzt räumen wir auf. Die große Ami haben wir zerlegt. Der hier ist schon so gut wie kaputt. Ich korrigiere. Er ist kaputt. Weiter, weiter, weiter. Ich brauche einen Solo. Ich brauche hier sowas von einen Solo. Komm schon. Jetzt kommen sie. Der Reiter, der muss weg. Alles klar, wir hätten den Reiter. Und wir gehen auf die Bühne. Wir haben gewonnen. Das war's. Wird gar nichts mehr. Oh, nee. Sieh mal einer an, wer da ist. Yes. Hui. Mann. Ich beende die Mission meines Vaters und töte den Imperator. Aber du musst nicht sterben. Hast du vergessen, dass der Imperator und dein Vater Reisegefährten waren? Ja, der Imperator und mein Vater reisten in die Zukunft. Doch der Imperator kehrte zurück, um ironischerweise durch meine Hand zu sterben. Der Imperator kam nie zurück. Was? Ich hab ihn gesehen. Du warst doch dabei, als wir Imperator der Wikileus begegnet sind. Was? Du glaubst du, er war der Imperator? Du glaubst, er war der Imperator? Damals? Ah, mein Junge. Hi, Eddie. Was? Was nun? Gehen wir gleich weiter. Was können wir hier noch so tun? Naja, die Nebenmissionen sind alle hier. Aber wie gesagt, die sind alle nicht so interessant. Also mich persönlich interessieren sie nicht so. Ich will lieber wissen, wie es weitergeht. Und deswegen machen wir gleich mal hier die nächste Mission. Gehen mal hier rüber. Ja. Gehen mal hier. Vielen Dank.